Na, Tobi, was gibt's noch nicht? Erzähl mal. Was hast du denn? Paranoia oder was? Was? Hast du Paranoia oder was? Nee, ach, der ist immer so komisch, wenn der kommt, wisst ihr nicht mehr. Wie komisch der ist? Betrunken was? Ja, ja. Dann sitze. Was gibt's noch nicht, Thomas? Nicht Philipp. Nee? Nee. Wenn der Anfänger sich, ich hab heute Besuch gehabt. Ein Namefreund war bei mir. Ich hab heute aus Mariendorf und mein Tester sieht er nicht so, wie ich das haben wollte. Dann war ich mal drei Stunden mit meinem Telefon rumgekriegt. Das ist ja furchtbar, da hätt ich ja überhaupt keinen Nerv. Ja, ja, so, er hat ja die Truhe, da hätt ich mein Tester und mein Handy, geht das so. Ich dachte ja, dann mach ich einen anonymen, anonymen, anonymen. Ich dachte, ich wollte mir jetzt ein neues Festnetz gerufen. Ich dachte, mach das nicht, mach das nicht. Wieso wolltest du dir ein neues Festnetz kursen? Naja, pass los, komm los. Ich passe, ich passe. Was? Ich passe. Na, langsam wollte ich werden. Ja, ja, dann sagen wir gerade sagen, Er hat, ihm haben da die Telekom angerufen, weil das alles, wie sagt man so schön ehrlich, digital ist, was, online, digital ist, was. Und den haben sie weggenommen, analog, so analog ist, weil analog kommt, was. So haben sie, so analog kommt das alles. Digital wird das alles. Digital wird das alles. Digital nicht, analog. Hä? Ja. Analog gibt's ja auch nicht mehr. Ja, doch, naja. Das ist doch mit Struppen. Na ja, wie gesagt, na ja, gut. Dann hat er ihn mit erklärt. So, dann ruf der ein paar Kinder, sagt er, bei ihm haben sie auch geschrieben, mit einem Freund von uns da, oder von ihm da. Da wurde der linke Ufer, sagt er, oh, ja, sagt er, da haben sie sich angerufen, da, so haben sie die Wahl der Quad. Der Telefon von der Telekom, das wird alles umgestellt, der Telekom macht das, ja. Da hat er gesagt, ich wollte mich jetzt gucken, nee, 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 sagt er, macht das noch nicht. Und so, ich sag er, nee, das ist gut, dass die Militärs, sag ich, ja. Und so, na ja, wenn wir mal weiter sehen. Dann war meine, dann war auch mein, von meiner, sag ich schon, von meinen Testletzern, die Batterien, der Akku, die waren auch alle leer, als er an der Loszielung, hat da vier Akkus gewohlt. Jetzt müssen die Dinger, ähm... Habt ihr mit Wasser drauf, oder? Ja, da unten nochmal da. Ja? So ein Glas stehen gleich da unten. Jetzt müssen die da auch, jetzt müssen... Hast du aber auch hier, guck. Hier auch. Ha. Überall. Jetzt müssen die, äh... Warte, bis ich den Schreiben kriege, das ist das, äh, analog... Das ist die Umstellung, ich will die Umstellerei alles, weil das wird ja halt umgestellt, ja. Verstehe ich eigentlich. Ich guck nicht, aber er hat mir das erklärt, weil, wie gesagt, warte mal ab, und wenn ich... Ist ja da, wenn einer anruft von mir... Echter Profi. Ha? Na, na. Dankeschön. Wohin schmeiß ich's? Na, da. Ah, ja, ok. Er sagt doch von analog... Digital, analog, oder wie... Wie gesagt, er hat das nicht mehr so erklärt, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich wisse wirklich, halt, dumme, ich bin gerade ohne, ich hat's durch. Ciao. Fünf Minuten Technik und fünf Minuten war er bei mir schon wieder weg, wisst ihr wie das ist. Er hatte die Ruhe weg, drei Stunden, von halb zwölf bis halb drei. Dann hat er mir gesagt, dann waren bei meinem Akku, die Dinger liegen leer, setzte mich an, ist er losgerufen und hab dann bei Kostnern, hab das für so die Akkus gekauft und wieder rumgekommen, mein Handy, mein Festnis. Jetzt musste aber, jetzt konnte ich nicht weiter telefonieren, jetzt müssen die Akkusten aber erst 14 Stunden laden. Ja, 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 ist ja das Ding. Haben wir probiert, wenn du so ein Akku kaufst, also ob du jetzt mal 10 mal kaufst und du rauskriegst wieder keine Rolle, dann hast du auch schon, die sind ja nicht aufgeladen, weil die musst du dann erstmal hier fuchten. Schönen Abend. Jedenfalls, ja. Und dann haben wir die, hatten wir vorher ja andere hier, noch von, die hatte ich immer mal geholt bei Konrad. Ja. Haben wir die aufgeladen, auch ein bisschen drauf, und wie er dann halt nahe gerät, wie er dann weg war nach einer Stunde, und dann hat sie sich hier ausgeschaltet, er ruft mich dann mal an, was hat passiert das vor Mittag? Ja. Und dann hab ich den Decker rausgezogen, also waren die anderen Akkus unheimlich voll, da hab ich ja nicht, da hab ich ja nicht unerwesen, ja. Aber naja, jedenfalls analog oder auch die Gitarre mit Äquilette. Ja. geht ja mit die ganzen Scheiße auch gar nicht durch, mit den ganzen, äh, die ganzen Technik, verstehst du aber nicht mehr, ja? Ja. Ja, logisch, das ist doch so. Ja. Da so und da so und da so, hat gedacht. Analog digital. Was? Analog digital. Ah ja, analog digital. Aber was hier drin?